Black Panther Wakanda Forever startet am 9. November in den deutschen Kinos. Die Fortsetzung zu Black Panther und der 42. Film im Marvel Cinematic Universe. Ich habe aufgehört zu zählen, auch mit den Serien gerade insgesamt. Ein Film, der durchaus auch so einen leichten Schatten über sich trägt. Einerseits, weil er auch produktionstechnisch wohl ein paar Probleme hatte, es ein paar Unfälle am Set gab. Die Corona-Krise zwischendurch natürlich auch, die jeglichen Dreh und so weiter erschwert. Und dann natürlich der Tod von Chadwick Boseman, der ehemalige Hauptdarsteller von Black Panther. Da war die Frage sehr, sehr, sehr groß, wie wird es überhaupt weitergehen? Wird es überhaupt einen zweiten Black Panther-Teil geben? Jetzt ist er hier, ich habe ihn gesehen und ich sage euch, wie ich ihn fand. Kurz noch zu diesem Video, ich werde natürlich nicht spoilern, werde aber natürlich ein bisschen auf die Handlung eingehen müssen und auf die Gegenspieler und so vielleicht. Das heißt, wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann kommt gern später wieder, wenn ihr den Film gesehen habt. Zur Story insgesamt, Black Panther, Wakanda Forever, beschäftigt sich mit dem Tod von T'Challa, von den Black Panther. Wakanda ist insgesamt in Trauer und nach wie vor trägt die Welt die Frage an Wakanda ran. Teilt euch doch das Vibranium mit uns, was ist los, warum schließt ihr euch so vor der Welt ab, etc. Und da gibt es auch teilweise schon ein paar Spannungen zwischen Wakanda und den United Nations. Und als dann noch eine neue Kraft in Form von Neymar und seinen Wassermenschen hinzukommt, droht diese gesamte Lage komplett zu eskalieren. Wenn ihr meine Reviews zu den anderen Marvel-Filmen gesehen habt des Jahres und auch zu manchen Serien und so weiter, dann wisst ihr, dass ich durchaus nicht mehr so warm bin mit dem MCU. Also ich fand Endgame war ein toller Endpunkt nach wie vor und ich hätte nicht wirklich noch etwas danach gebraucht, auch wenn ich Filme wie The Eternals oder auch die Serie WandaVision insgesamt ganz gut fand. Aber bisher warte ich noch auf den einen Marvel-Film, der mich irgendwie noch aus den Socken wiederhaut, der mir zeigt so, ah ja, weiterzumachen war die richtige Entscheidung und hier gibt es noch Geschichten, die unbedingt erzählt werden müssen. Darauf warte ich noch. Also gerade Doctor Strange 2 oder auch Thor, Love and Thunder waren für mich wie fast so Serienepisoden. Da geht es gar nicht mehr so richtig um Figuren und deren Charaktergeschichten und so weiter, sondern zum Beispiel wie im Fall von Doctor Strange and the Multiverse of Madness ist es eigentlich die Geschichte einer anderen Figur und das Ganze fühlt sich an wie das Staffelfinale von einer Serie und so weiter. Was mich am MCU immer begeistert hat, waren die Figuren. Also mit Thor, mit Iron Man, mit Captain America, das waren Figuren, die ich ins Herz geschlossen habe und deswegen hat mir das MCU immer so gut gefallen. Das ist nicht mehr so der Fall. Mir fehlt dieser Hook. Und an dieser Stelle ist es schön, dass ich zumindest berichten kann, aus meiner Erfahrung, dass Black Panther Wakanda Forever ein Film ist, der sich wirklich wie ein Film anfühlt. Also nicht wie eine Serienepisode, nicht wie ein Best-of von irgendwelchen Comedy-Sketchen oder so, sondern wirklich wie ein Film mit einer Geschichte, einer Vision und richtigen Charakteren mit echten Emotionen. Dafür braucht der Film dann auch eine ganze Weile und zwar 162 Minuten sind es, glaube ich, also fast drei Stunden. Das liegt einerseits daran, dass der Film sich wirklich Zeit lässt mit dem Tod von T'Challa, in diesem Universum ist T'Challa halt auch gestorben, also der Black Panther, damit umzugehen, zu zeigen, wie die Figuren, wie Wakanda damit umgehen. Und da schafft der Film es tatsächlich, den Tod von Chadwick Boseman in meinen Augen relativ empathisch zu verarbeiten. Es wäre sehr leicht gewesen, diesen Film jetzt, Black Panther, T'Challa, diesen Film jetzt ständig groß zu zeigen und damit Emotionen hervorzurufen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, was sicher auch ein bisschen manipulativ wäre. Aber nein, der Film beschäftigt sich mit der Legacy von diesem Charakter und stellt andere Figuren in den Mittelpunkt. T'Challa ist nie wirklich zu sehen, aber er ist immer da und ich finde, das ist eine schöne Präsenz und das merkt man diesem Film an. Auf der anderen Seite führt dieser Film eine komplett neue Form von Nation ein, sag ich mal, und zwar die Leute von Neymar, dem Submarion. Neymar ist so der Art, der, ich sag mal ganz platt, der Marvel Aquaman, Aquaman, also im Prinzip der Typ, der unter Wasser wohnt, sein eigenes Königreich hat, Superkräfte natürlich. Auch dem wird sehr viel Raum eingeräumt tatsächlich, auch seinen Leuten insgesamt, der Politik seines Landes insgesamt auch und seines Vorgehens. Also, was man Black Panther, Wakanda Forever wirklich zugutehalten muss, ist, dass er seine Laufzeit nutzt, um alle Figuren, die wir sehen und die wir neu kennenlernen und wiedersehen, dass er die vernünftig erforschen will und dass er eine Idee hat. In diesem Film geht es auch sehr, sehr politisch zu. Wie gesagt, Wakanda wird von den United Nations angeklagt dafür, dass sie nach wie vor das Vibranium nicht teilen. Auf der anderen Seite sagt Wakanda so, wir würden euch das nie geben, weil ihr würdet damit richtig schlimme Dinge tun und so weiter. Und jetzt kommt halt eben eine neue Nation noch eben mit rein, die ihre ganz eigenen Absichten verfolgt. Und gerade das Zwischenspiel zwischen diesen beiden Nationen und deren Anführern, das ist sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Also, da steckt durchaus eine Menge Wille drin, hier in die Welt wirklich fühlbar zu machen. Ja, Black Panther 1 hat ja durchaus auch positive Stimmen eingeheimst dafür, dass er seinen Bösewicht Killmonger tatsächlich sehr dreidimensional geformt hat. Und das wird mit Namor hier auf jeden Fall auch versucht. Jetzt will ich aber nicht so tun, als würde sich Black Panther Wakanda Forever in seinen 162 Minuten dann doch ein bisschen viel aufladen. Also, gerade die erste Hälfte des Films ist erstaunlich streamlined und fokussiert. Aber die zweite Hälfte des Films, wo dann die Dinge ein wenig mehr eskalieren tatsächlich, da nehmen diese Charakterhandlungen und diese Erforschung von den neuen Welten und neuen Figuren und so weiter einen ordentlichen Schritt zurück. Dennoch ist Black Panther Wakanda Forever kein Actionspektakel. Und da frage ich mich tatsächlich, ob das an Corona lag. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das CGI fand ich hier teilweise nicht sonderlich überzeugend. Es gibt einige Actionsequenzen, die sahen ein bisschen billig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat für mich nicht so gut funktioniert. Und insgesamt muss man sagen, dass die Scale von Black Panther Wakanda Forever deutlich kleiner ist als bei den meisten Marvel-Filmen. Also, wer hier eine riesige Endschlacht und so weiter erwartet, das gibt es tatsächlich nicht. Es wirkt in dem Film aber nicht so, als wäre das eine absichtliche Entscheidung zu sagen, nein, wir wollen uns mehr auf kleinere Dinge konzentrieren. Nein, nein, der Setup für große Schlachten, so ist schon da. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Mittel nicht da waren, diese auszuführen. Denn die Actionsequenzen, die es hier gibt, lassen in meinen Augen zum einen recht viel Einfallsreichtum vermissen. Sie sehen nicht sonderlich gut aus und sind teilweise unheimlich generisch. Also, das fand ich sehr, sehr, sehr schade. Da wäre es mir fast lieber, es gibt hier zum Beispiel einen Faustkampf. Der war die beste Actionsequenz in diesem gesamten Film tatsächlich. Und davon hätte ich dann lieber mehr gesehen, als von diesen großen CGI-Dingen, die in diesem Film aber nicht so richtig rüberkommen, weil sie die ganze Zeit so wirken, als wären sie zurückgehalten, aus welchem Grund auch immer. Das kann ich nicht sagen. Das führt dann dazu, dass der Film sich in seinen 160 Minuten schon teilweise ein bisschen zieht. Gerade in der zweiten Hälfte. Ich muss aber sagen, dass er seine Laufzeit dann doch besser gefüllt hat, als ich dachte. Es gibt hier immer wieder Momente, die ich richtig, richtig toll fand. Und wo sich dieser Film wirklich Zeit lässt, einfach mal ein bisschen Feeling und Atmosphäre aufkommen zu lassen. Das habe ich bei Marvel in letzter Zeit oft vermisst. Diese ruhigeren Momente, wo einfach mal so ein bisschen mit Musik und Visualität gearbeitet wird, dass du im Kino wirklich denkst, wow, oder das ist ja toll. Und du langsam fühlst, wie diese Welt funktioniert. Es wird versucht, zwischen den Hauptfiguren und auch dem Bösewicht werden Connections hergestellt, Verbindungen hergestellt. Es geht um Moral, es geht um Rache und so weiter und so fort. Und all das hat die Ambition, auch wirklich ein bisschen dreidimensionaler zu sein als normal. Dafür gibt es für mich, für mir große Props an Black Panther Wakanda Forever. Das Fazit, was ich aber ziehen muss am Ende nach all dem Lob, ist, dass es für mich dann aber nicht hundertprozentig aufgegangen ist. Ich habe die zweite Hälfte jetzt schon ein paar Mal angesprochen. In dieser zweiten Hälfte verliert der Film viel von diesem Setup irgendwie, weil er sich dann anfängt, so ein bisschen mehr auf die Oberfläche zu konzentrieren. Die Jokes haben für mich nicht so gesessen, obwohl der Film, muss man dazu sagen, insgesamt ein bisschen ernster ist und auch nachvollziehbarerweise. Und so sehr ich das alles loben kann, was der Film versucht und teilweise auch schafft, ich bin nie so richtig reingekommen, muss ich sagen. Das ist ein sehr, ich weiß, sehr abstrakter Kritikpunkt, zu sagen, yo, ich fand das im Prinzip alles schon recht gut, aber so richtig gepackt hat es mich nicht. Das lag einfach daran, wie gesagt, dass die Actionsequenzen nicht so gut waren, okay, aber dass viele Dinge eben dann doch nur angeschnitten werden und nicht so richtig vertieft werden, weil Black Panther Wakanda Forever dann doch in der zweiten Hälfte auf sehr vielen Hochzeiten tanzt. Ich würde Black Panther Wakanda Forever daher 6,5 von 10 Punkten geben und das ist vor allem 6,5 aus dem Grund, dass ich, ich fand ihn ein bisschen schlechter als den ersten Teil, ich finde, der erste Teil war einfach runder insgesamt. Ich muss auch sagen, dass Chadwick Boseman fehlt, seine Präsenz fehlt, sein Charme fehlt als diese Figur tatsächlich, obwohl alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler sich hier sehr, sehr viel Mühe geben und auch wirklich tolle Szenen teilweise haben. Ich mochte es, dass der Film nach sowas wie Thor und Doctor Strange jetzt wieder versucht hat, mehr auf die Figuren einzugehen, mehr auf die Welt einzugehen, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen mit der Geschichte, mit dem Antagonisten und so weiter und hier wirklich ein Feeling evozieren will. Ich würde diesen Film am ehesten vergleichen mit The Eternals aus Phase 4 und ich weiß, dass ganz viele jetzt sagen werden, oh mein Gott, aber das war der langweiligste Film. Mir hat er am besten gefallen, weil er gerade dieses Feeling heraufbeschworen hat und deswegen ist Black Panther 2 ja auch so unglaublich lang, weil er sich da so viel Zeit lässt, aber das fand ich gut insgesamt. Ich muss nur sagen, dass es für mich dann am Ende nicht hundertprozentig funktioniert hat. Es hat für mich eine Figur gefehlt, an die ich mich richtig ranketten konnte. Die Ereignisse fand ich zwar interessant, aber nie wirklich spannend, das muss ich vielleicht auch dazu sagen und es hat mich einfach nicht so richtig gecatcht. Im Grunde sehe ich hier einen durchaus guten Marvel-Film drin, der versucht mehr zu sein als die anderen Marvel-Filme. Nur für mich persönlich muss ich sagen, hat es halt nicht immer so funktioniert. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie euch Black Panther Wakanda Forever gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Comments und ja, schreibt mir auch gerne, wenn ihr euch darauf freut, was ihr erwartet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hilft diesem Kanal immer sehr. Hilft, ein Klick hilft, dass ich das hier weitermachen kann. So platt gesagt ist es richtig. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Black Panther Wakanda Forever, wenn ihr ihn noch schaut und sage Ade. TBH hilft, es heilt die göttliche Kraft! Danke so. Bis zum nächsten Mal.